Der Freitagabend bei Super RTL. Um 20.15 Uhr geht Goofy auf Weltreise. Walt Disney entführt Sie in ferne Länder. Packen Sie schon mal die Koffer. Denn im Anschluss sind für Sie um 21.15 Uhr noch zimmerfrei. Ich hab meinen Mann am Morgen. Kim Nowak und Jack Lemmon sorgen für einen mitreißenden Tapetenwechsel. Und wenn Sie drei Männer umgebracht hätten, ich würde Sie immer noch lieben. Super RTL nach 8. Um 20.15 Uhr das Cartoon-Special und danach noch zimmerfrei. Mit Super RTL reisen Sie immer erster Klasse. Bis zum nächsten Mal.